Wie angekündigt haben wir nicht an Kosten und Mühen gespart, um Ihnen eine abenteuerliche Zeitreise anzubieten. Achten Sie bitte auf die einzigartigen Kostüme und die spektakuläre Kulisse. Hier haben wir zwei wunderschöne Exemplare des prähistorischen Homo Sapiens Neanderthalensis Barfusus. Achten Sie auf das Leitmännchen. Trotz des frühen Entwicklungsstadiums ist bereits eine klare Hierarchie erkennbar. Vermutlich haben wir gerade das Glück, einer spektakulären Jagdszene beizuwohnen. Doch schauen wir nun, wie diese anmutenden Geschöpfe Witterung aufnehmen. Kennzeichnend für diese frühe Spezies Mensch ist die ausgereifte Jagdtechnik. Eine Mischung aus konzentrierter Beobachtung aus dem Unterholz. Dem Abwarten des richtigen Angriffsmoments. Und dem leichtfüßig Geräusch armen Anpfirsch. Jeglicher Fluchtversuch des Beutetiers ist hier natürlich zwecklos. Die Lähmung des operatives Erfolgs durch gezielt kontinuierte Liebe auf den Schäden. Die Nahrung wird selbstredend gerecht aufgeteilt. Die Freude ist hörbar groß und das Lachen geboren. Die Nahrung wird selbstredend gerecht. Die Nahrung wird selbstredend gerecht.